Viele wollen es nicht wahrhaben und es geht doch alles irgendwie den Bauch runter. We understand you still live in Pinkerfell, your hometown, is that right? Yes, I grew up in Pinkerfell. It's a small town with 5500 citizens. Hallo! I find it positive, dass die Gesellschaft generell offener geworden ist. Und ja, es sind halt immer wieder welche dabei. Das kann man auch nicht mehr ändern eigentlich. Ja, das erzählen die Medien immer. Blauwähler sind ungebildet und darum keine Ahnung und wir sind rechtsradikal und fremdenfeindlich. Die Nachrichten sind bei euch alle auf Ausländer oder Islam. Was steht auf dem Schloss? Sicher ist sicher. Offene Grenzen, offener Arbeitsmarkt ist unser Problem. Wenn einer sozialistisch eingestellt ist, dauert es sehr lange, bis er sich komplett abwandert. Nur wenn ich weg bin... Die neue Stadträte! Hopp, hopp! Das Traurige ist mit der ganzen Politik, da führen so Quoten ein. Teilweise erfüllen sie nicht einmal selber die Quoten. Also wo sind da die Frauenrechte? Ja, wollen dürfen wir rein und auf Nacht gehen wir dann heim und waschen unsere Mutter die Unterhosen. Der schönste Platz auf Erde, das ist das Heimatland. Damit kann man, damit muss man erfEs sein. Und die Vorstellung ist das Heimatland. Ein Rechtes nachdem Lernensausch. Vielen Dank.